Wir sind das Künstlerkollektiv Sonolog, bestehend aus drei Musikern, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Kunstlied und andere Künste miteinander zu verbinden und neu erfahrbar zu machen. Und der Wind fährt mir unter den Rücken, in den Mund und zwischen die Planken. Und der Wind sagt mir, legst aus da wie Pfandgut, gelandet auf deiner Halbtaubenhaut, hier, genadelt, gerendert, dirty. Unser erstes Projekt heisst Halt das mal aus so. Das ist eine Eigenproduktion nach Franz Schuberts Winterreise und Maren Kames Halbtaube, Halbvau. Wir bringen somit einen berühmten Liederzyklus mit zeitgenössischer Lyrik zusammen auf die Bühne und in einen spannenden Dialog. Teil unseres Bühnenstücks, Halt das mal aus so, ist die intermediale Publikation. Graupel, die in enger Zusammenarbeit mit der Autorin Maren Kames entstanden ist, die auch die Textgrundlage von Halt das mal aus so, nämlich Halbtaube, Halbvau, verfasst hat. Bevor wir in der ganzen Deutschschweiz auf Tour gehen mit unserem Stück, spielen wir zuerst hier unsere Premiere in der Garage Wetzikon, wo wir auch unsere ganzen Endproben machen durften. Und wir haben sehr genossen hier zu sein. Wir freuen uns auf unsere Premiere am 7. November. Und wenn Sie auch mitkommen würden auf unsere Winterreise, würden wir uns sehr, sehr freuen. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum.